Freitagnachmittag. Ein Zocker in seinem natürlichen Lebensraum. Doch dieser hier ist alleine. Das könnte ihm zum Verhängnis werden. Oh, ein Pömpel. Er ist der natürliche Feind des Zockers. Wie man an den Gesichtszügen erkennt, hat dieser seine Beute gefunden. Oh mein Gott, was ist denn mit dir? Geht es ihm gut? David, unterlag!